Du bist Einzelunternehmer und möchtest Probleme mit dem Finanzamt und der SVS vermeiden? Dann achte darauf, dass du immer pünktlich deine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlen kannst. Wie dir das ganz einfach gelingt, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Eine Firmenstruktur kann jedoch nur dann weiter ausgebaut und steuerlich optimiert werden, wenn die eigenen Finanzen geregelt sind. Hast du beispielsweise hohe Steuerschulden, wird das deine unternehmerische Entwicklung natürlich beeinträchtigen. Hohe Steuerschulden beim Finanzamt und auch Schulden bei der Sozialversicherung, also bei der SVS, können dann zum Beispiel den Wechsel in eine GmbH verhindern oder zumindest erschweren. Daher musst du immer darauf achten, keine Schulden gegenüber eben Finanz- und Sozialversicherung der Selbstständigen zu haben. Dann gibt es auf jeden Fall mal weniger Stress. Im vorherigen Video habe ich dir gezeigt, wieso du als Einzelunternehmer ein eigenes Firmenbankkonto haben musst. Von einer Vermischung mit dem privaten Bankkonto rate ich dir dringend ab. Schau dir daher gerne dieses Video an, ich habe euch das hier oben verlinkt, denn da bin ich ausführlich auf die Gründe eingegangen. In diesem Video möchte ich dir aber jetzt zeigen, wie du immer in der Lage sein wirst, deine Abgaben zu bezahlen. Am einfachsten tust du dir, wenn du regelmäßig deine Einnahmen und Ausgaben zum Beispiel in einer einfachen Excel-Tabelle aufzeichnest. Dadurch hast du immer einen guten Überblick über deinen vorläufigen Gewinn, sowie über deine Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Und mit diesem Überblick kannst du dann in weiterer Folge die nächsten Schritte einleiten. In meinem Fall wäre das eine Aufstellung von drei Bankkonten. Ist jetzt ein Vorschlag, ein Beispiel, muss nicht so gemacht werden, aber ich kenne einige Kunden, die sich damit leichter tun. Bankkonto 1 ist das Firmenbankkonto. Bankkonto 2, das Sparkonto für die Umsatzsteuer. Und Sparkonto 3 ist das Sparkonto für die einkommensabhängigen Abgaben, sprich Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge. Das erste Konto, nämlich das eigene Firmenkonto, ist ja jetzt schon klar, haben wir ja geklärt im vorigen Video. Wir schauen uns jetzt hier die beiden anderen Konten an. Als Einzelunternehmer musst du dich ja bekanntlich um die Bezahlung der Einkommensteuer und der Sozialversicherungsbeiträge selbst kümmern. Wenn du bisher angestellt warst, hat das alles dein Arbeitgeber für dich erledigt. Somit war das für dich egal. Jetzt ist es hingegen so, dass du von deinen Kunden ja Geld für deine Leistungen bekommst. Dieser Umsatz gehört dir aber jedoch leider nicht zur Gänze. Davon musst du nämlich all deine Ausgaben tätigen, also deine Betriebsausgaben und auch noch deine Abgaben bezahlen. Und dazu kommen auch noch die Privatentnahmen. Also es muss sich alles ausgeben. Und deswegen beginnen wir jetzt mal mit dem Sparkonto für die Umsatzsteuer. Wenn deine Umsätze nämlich der Umsatzsteuer unterliegen, hebst du ja eigentlich für den Staat Geld ein. Möchtest du beispielsweise für deine Dienstleistung 1.000 Euro als Sonorar haben, musst du deinen Kunden eine Rechnung von 1.200 Euro stellen, sofern deine Dienstleistung dem Regelsteuersatz von 20% unterliegt. Die 200 Euro kassierst du für das Finanzamt und musst natürlich auch an das Finanzamt abführen. Das heißt, du kassierst da fremdes Geld und lässt das durchlaufen. Das heißt, auf Deutsch gesagt, diese 200 Euro gehören dir nie und daher darfst du sie natürlich auch nicht ausgeben. Deshalb empfehle ich dir ein eigenes Sparkonto, auf dem rein die Umsatzsteuerbeträge geparkt sind. Wenn du das nämlich in regelmäßigen Abständen machst, wirst du bis zur Zahlungsfrist, die ja bekanntlich einen Monat und 15 Tage nach Ende des Veranlagungszeitraums ist, immer nämlich die Umsatzsteuer parat haben auf dem Konto und kannst du mit immer fristgerecht die Umsatzsteuerzahlast bezahlen. Dadurch im Rahmen der Umsatzsteuervoranbindung ja auch die bereits von dir im Einkauf bezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer zurückholen kannst, würde es eigentlich auch ausreichen, die Differenz zwischen der kassierten Umsatzsteuer und der bezahlten Vorsteuer auf dem Sparkonto zu belassen. Damit du auch weißt, wie hoch diese Differenz ist, brauchst du eben die vorhin erwähnte Aufzeichnung, also die Excel-Tabelle. Und wichtig ist, dass die Umsatzsteuerzahlast auf diesem Sparkonto dann verfügbar ist, damit du eben die Umsatzsteuer fristgerecht überweisen kannst. Wenn du bis hierher jetzt schon von diesem Video profitiert hast, dann freut mich das und dann sei bitte so nett und gib uns einen Daumen hoch und lass ein Abo da, denn das ist für uns das beste Feedback. Und jetzt schauen wir weiter zum dritten Konto, nämlich dem Sparkonto für Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge, also die einkommensabhängigen Abgaben. Man könnte daraus eigentlich auch sogar zwei weitere Sparkonten machen, eins wird aber in der Regel auch ausreichen. Als Einzelunternehmer musst du nämlich viermal im Jahr, viermal, ja, im Jahr Vorauszahlungen an Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge leisten. Darüber hinaus muss nach Ablauf eines jeden Jahres, also eines jeden Kalenderjahres, eine Einkommensteuererklärung erstellt werden. Diese Erklärung ist dann sozusagen die Endabrechnung über dein Einkommen des abgelaufenen Jahres. Hier wird dann dann tatsächlich erwirtschaftetes Einkommen ermittelt, also abgerechnet wird bekanntlich am Schluss. Und von diesem Einkommen werden dann Einkommensteuer und eben die SVS-Beiträge errechnet und dir dann dementsprechend als Nachzahlung vorgeschrieben. Bevor wir uns jetzt die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge genau anschauen, möchte ich dich einladen, meiner exklusiven Gründer-Community beizutreten. Ziel dieser Community ist der Austausch mit anderen Gründern, die genau die gleichen Herausforderungen meistern, die auch vor dir liegen. Dort bekommst du auch weitere Tipps direkt aus der Praxis, die dich als Gründer beziehungsweise auch als bestehender Einzelunternehmer weiterbringen. Du kannst natürlich auch von deinen Erfahrungen anderer Gründer profitieren und somit dein Netzwerk erweitern. Das heißt, du bekommst dort Infos und Inputs von mir persönlich und eben auch von anderen Gründern, die das eine oder andere Problem schon gemeistert haben und aus ihrer Erfahrung berichten. Und wenn das für dich interessant ist, dann komm gerne eben in die Gründer-Community, das läuft alles über die Plattform School. Und als Willkommensgeschenk bekommst du sofort bei Beitritt meinen Online-Kurs für Unternehmensgründer im Wert von 399 Euro freigeschalten. Und zusätzlich bekommst du auch noch die Möglichkeit, an einem exklusiven Schnuppertermin beim Geschäftsführertraining live dabei zu sein. Diese Termine werden wir nicht oft haben, daher hier eine einmalige Chance. Melde dich daher gleich über den Link unter diesem Video dazu an. Die Erstmitglieder können jetzt auch noch zum halben Preis teilnehmen. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar, das heißt, du bleibst somit so lange nur dabei, wie die Gruppe für dich einen Mehrwert bietet. Und wenn es nicht mehr passt oder du sagst, okay, jetzt bin ich die Gruppe schon wesentlich weiter voraus, dann kannst du jederzeit natürlich die Mitgliedschaft wieder beenden. Und jetzt schauen wir uns mal die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge und der Einkommensteuer genauer an. Wir gehen jetzt mal in dem Beispiel von einem Gewinn von 84.000 Euro aus. So, von diesem Gewinn vorsteuern werden wir jetzt einmal die Sozialversicherungsbeiträge berechnen. Wie wir hier sehen, haben wir in der Krankenversicherung 6,8%. Das sind 5.712 Euro. Die kommen noch weg. Das ist die KV, also die Krankenversicherung. Dann ziehen wir die Pensionsversicherung ab und die Unfallversicherung. So, die Pensionsversicherung, 18,5% von 84.000 sind 15.540 Euro. Und die Unfallversicherung ist ein Eurobetrag pro Monat. Das heißt, 11,35 Euro ist das im Jahr 2024. Das Ganze mal 12 ergibt 136,20 Euro. So, das heißt, wenn wir das runter abziehen, subtrahieren vom Gewinn, haben wir einen Gewinn quasi vor Steuern von 62.611,80. Das ist jetzt sozusagen mal unsere Einkommensteuerbemessungsgrundlage. So, jetzt schauen wir weiter runter. Wir haben, jetzt geht es leider nicht aus, dass ich alles einblenden kann. Wir haben mit dem Einkommensteuertarif aus dem Jahr 2024, dass die kalte Progression schon berücksichtigt, diese Abschaffung. Machen wir den Übertrag. Wir haben jetzt einen Gewinn von 62.611,80. Das müsste der gleiche Gewinn von vorher sein. Genau das passt. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Einkommensteuer wird da anfallen? 62.611, das heißt, wir sind hier in dieser Progressionsstufe. Die Grenze geht bis 66.612. Das heißt, jeder Euro, den ich dazu verdiene in dieser Stufe, wird schon bereits mit 40% besteuert. In Summe betrachtet auf das gesamte Einkommen, haben wir einen maximalen Durchschnittsteuersatz von 27,85%, wenn wir die vollen 66.612 bis ans Limit ausreizen würden. Wir sind knapp darunter. Wir haben 62.000, aber aus Vereinfachungsgründen rechnet ich das jetzt mit der Einkommensteuer mit 27,85%. Das heißt, es kommt hier eine Einkommensteuerbelastung raus von 17.437,39. Das heißt, das ist jetzt die Einkommensteuer. Und wenn wir da raufscrollen, die Sozialversicherungsbeiträge, die wegkommen, sind in Summe 21.388,20 sind die SVS-Beiträge. Das heißt, ganz schön viel, was wir im Nachhinein oder allgemein zahlen müssen. Wenn wir keine Vorausschreiber oder keine Vorauszahlung uns vorgeschrieben wurde, müssen wir da so saftige Nachzahlung erwarten. Das heißt, 21.000 plus die 17.000, das heißt, das sind jetzt 38.000 Euro, 38.7, 38.8 in der Größenordnung. Wenn man das nicht auf der hohen Kante hat, kann man da echt Probleme bekommen. Daher wird es empfohlen natürlich, dass man das auf die Seite legt und dementsprechend auch die Vorauszahlungen anpasst, damit man unter dem Jahr schon vierteljährlich einiges vorauszahlt, damit man eben im Nachhinein nicht so eine große Nachzahlung hat. Und wie wir jetzt da in dieser Berechnung eben gesehen haben, ist es sehr wichtig, abschätzen zu können, wie viel Gewinn du in diesem Jahr erwirtschaften wirst, beziehungsweise auch, welche Nachzahlung dabei rauskommen wird. Wie packt man das jetzt am besten an? Naja, man kann sich einerseits am Vorjahr orientieren oder du erstellst einfach eine Prognoserechnung für das heurige Jahr und schaust dann in regelmäßigen Abständen, ob du noch auf Kurs bist oder ob es Abweichungen gibt. Auch dafür sind wieder deine laufenden Aufzeichnungen, sprich deine Excel-Tabelle über die Einnahmen und Ausgaben erforderlich. Die unterstützen dich natürlich dabei. Und wie die Berechnung jetzt hier auch eindrucksvoll gezeigt hat, kommt da schon ein gewaltiger Betrag oder es kommen schon sehr große Summen zusammen, die man an den Staat bezahlen muss. Und da kommt dann natürlich auch schon die Frage auf, ob nicht deine GmbH die bessere Rechtsform dafür wäre, also hier zumindest hier in diesem Beispiel. Jedenfalls hast du aber, wenn du das Kontenmodell anwendest oder auf eine komplett andere Art und Weise Vorsorge triffst, das Kontenmodell hier ist ein Beispiel, wie man es machen kann. Es gibt sicher noch 100 andere Möglichkeiten. Es gibt auch Unternehmer, die sagen, nein, brauche ich nicht, ich gehe sparsam um, ich habe das im Hinterkopf, ist auch alles gut. Die Kernmessage soll sein, leg dir was zurück, damit du nicht überrascht wirst. Das soll die Message sein. Wenn du keine Vorsorge dafür getroffen hast, also gibt es keine kontenmäßige Trennung und du hast zum Beispiel alles auf einem Firmenkonto oder noch schlimmer, mit deinem Partner ein Gemeinschaftskonto, dann ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass du zu viele Ausgaben oder zu viele Privatentnahmen tätigst und dann zu wenig Geld am Konto hast, um Umsatzsteuer, Einkommenssteuer und Sozialversicherungsbeiträge bezahlen zu können. Und das solltest du auf jeden Fall vermeiden, denn sonst drohen zumindestens Säumeszuschläge. Im Worst Case noch einiges mehr. Ob du das wie hier in diesem Video jetzt wie gesagt mit zwei oder mit Mehrreinkonten machst, ist im Grunde vollkommen egal. Wichtig ist, getrennt ist gescheiter. Du wirst mit getrennten Konten wirst du dir einfach leichter tun. Und wenn du überlegst, ob die GmbH nicht die bessere Rechtsform für dich ist, dann schau dir gerne dieses Video her an. Und wenn du unserer exklusiven Gründerkommunity beitreten möchtest, dann gehe ich hier.